Imagine Das ist sowas wie der Schlüssel zu ganz vielen Schlüssellöchern. Eine der Zeilen heißt, you may say I'm a dreamer. But I'm not the only one. You may say I'm a dreamer. But I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will live as one. Und meine Übersetzung heißt, Mag schon sein, dass du jetzt sagst, ich sei ein Träumer. Mit diesen Träumen aber bin ich nicht allein. Und eines Tages hoffe ich, wirst du einer von unserer Träumergruppe sein. Das ist der Punkt, da steigst du aus der konkreten realen Welt in die Kraft der Vision. Du bist nicht der Einzige. Das ist gut auf mehrerlei Hinsicht. Ich bin nicht der Tollste, wenn ich der Einzige wäre. Sondern es gibt ganz viele. Finde die. Bleib oder bau an der Verbindung dieser vielen. Not the only ones. Und dann nutze die Kraft der Vision. Das ist Imagine. Stell dir mal vor, wie könnte es sein? Und bist du in der Lage, das hier am Ort mit deinen Kräften so zu verwirklichen, dass du sagst, okay, mehr kann ich nicht tun. Wir sagen, ich bin ein Träumer. Aber ich bin nicht der einzige. Ich hoffe, dass du einen Tag einen Tag mit uns joinst. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Lübi-Enspann. Ich bin der Lübi-Enspann. Ich bin der Lübi-Enspann. Aber ich bin der Lübi-Enspann. Ich hoffe, dass du uns mit uns besitzen kannst. Und der Welt, der Lübi-Enspann. Ich bin der Lübi-Enspann. Ich bin der Lübi-Enspann. Ich bin der Lübi-Enspann.